Einen schönen guten Morgen und herzlich Willkommen zum Marktanalyse mit Max präsentiert von XDB Online Trading. Mein Name ist Max Winke und bevor wir starten, kommen wir wie immer zum obligatorischen Risikoinweis. Der Handelbezif ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen soll sich natürlich bewusst sein. Und ich betone an dieser Stelle, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir werden uns heute nochmal dem Vergleich von S&P 500 und Nasdaq widmen. Wir haben das letzte Mal ja ein bisschen darüber gesprochen, welcher Markt vielleicht besser geeignet gewesen wäre für Longs. Schauen wir uns mal an, gucken, ob sich da etwas geändert hat und schauen einfach mal, wie man sich auf die heutige bzw. auch die morgige Sitzung noch vorbereiten kann. Da ist natürlich auch dabei, das schauen wir uns einfach mal zuerst an. Ich denke, das ist sehr, sehr interessant für die nächsten Stunden. Euro-Dollar dabei, Silber und diesmal auch der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar. Wir starten direkt mit dem DAX und schauen uns mal den Tagesschart an. Wir zoomen mal ran und wir sehen, dass es gestern einen Erholungsversuch gab. Dieser Einbruch von knapp 500 Punkten konnte man ja am 100er IMA stoppen. Dann ging es am Tag danach eher seitwärts. Der Verkaufsdruck war noch ein bisschen da, aber das hat so ein bisschen auf eine Kursstabilisierung hingedeutet. Und gestern sehen wir eben an dem langen oberen Schatten, dass es hier erstmal einen Erholungsversuch gab. Was natürlich positiv ist, aber die 2800-Punkte-Marke, die wir eben auch schon seit Wochen eingezeichnet haben, dass diese Schlüsselmarke letztendlich weitere Gewinne verhindert hat. Und da habe ich hier auch nochmal das, das hatte ich in der gestern Analyse eingezeichnet. Hier hat sich letztendlich, hier gab es die wichtige Entscheidung und die Bären konnten sich durchsetzen. Und am Ende hat der Markt eben hier deutlich tiefer geschlossen, auch unterhalb des 100er IMAs. Das heißt, das Chartbild ist extrem fragil und es könnte sich eben auch an der grundsätzlichen Richtung etwas ändern, sollten die Verluste eben hier nachhaltig sein oder wenn die Verluste eben auch noch ausgeweitet werden. Das heißt, die wichtige Entscheidung heute liegt an dem Verhalten an dem 100er IMA. So, was hat dafür gesorgt, dass wir gestern den Rückgang vertieft haben? Wir haben einerseits die Kommentare vom FED-Chef Jürgen Paul, die man erwähnen muss. Er hat nämlich gesagt, dass die wirtschaftliche Erholung wahrscheinlich mehr Unterstützung brauche. Und andere FED-Mitglieder haben letztendlich auch ähnliche Kommentare abgegeben und das auch nochmal bestätigt. Und in dem Zusammenhang ist der Bericht von CNN zu erwähnen, der Nachrichtensender aus den USA. Der hat nämlich berichtet, dass der US-Kongress vor den Präsidentschaftswahlen, die jetzt im November anstehen, dass es wahrscheinlich kein weiteres Hilfspaket geben werde. Also, das ist natürlich etwas, was nicht positiv ist, weil sich eben die Einigung zwischen Demokraten und Republikanern eben zu verschieben scheint. Und es weitere Unsicherheit gibt über weitere Unterstützung seitens der Regierung. Und ein weiterer Punkt sind natürlich die Daten. Gucken wir mal ganz kurz in den Kalender, was gestern passiert ist. Vielleicht die Highlights. Das war zumindest für die US-Sitzung oder dann am Nachmittag entscheiden, was ja auch technisch gesehen der Auslöser war für den Ausverkauf. Und das sind die PMI-Daten von IHS-Market, die am späten Nachmittag oder am Nachmittag veröffentlicht wurden. Wir sehen hier einmal einen grünen und einmal einen roten Wert. Was jetzt eben auffällt, ist, dass sich das Gesamtbild zeigt, dass sich die Geschäftsfähigkeit im September verlangsamt hat. Und insbesondere die Dienstleistung enttäuschen hier. Und wenn wir jetzt gleich mal in die kleineren Zeiteinheiten runtergehen, dann werden wir sehen, dass eben um diese Zeit herum, um die 15.45 Uhr oder eben auch um die Zeit während der Powell-Rede, Anhörung vor dem US-Kongress, dass da letztendlich der Ausverkauf begann. Wir gehen jetzt mal runter in die kleineren Zeiteinheiten und schauen uns das ein bisschen genauer an. Im 4-Stunden-Chart haben wir eine sehr schwierige Situation aufgrund dessen, dass der Markt weiterhin ganz klabärisch eingestellt ist. Wir haben eine klare Abwärts-Trendstruktur. Und gestern gab es eben nochmal diesen Erholungsversuch. Ich hatte ja über eine mögliche Kursstabilisierung geredet beim letzten Webinar oder auch während der letzten Analysen, die dann bis heute herauskamen. Und ich denke mal, da hatte sich so eine Seitwärtsphase abgezeichnet. Wir haben auch einen Ausbruch nach oben erlebt. Und die nächsten Kursziele waren also einmal hier das Tief vom 4.9. Und dann nochmal dieser dreifache Boden, den wir kennen, im Bereich der 12.870-Punkte-Marke. Das stimmt auch mit dem 50% Fibonacci-Tracement überein. Das wäre also die nächste Anlaufstelle gewesen. Wir haben letztendlich vorher eine Umkehr erlebt. Wir haben ein Umkehrsignal bekommen, sogar auf 4-Stunden-Basis. Also viel Verkaufsdruck, schnelle Umkehr und danach ging es eben mit einer recht schnellen Dynamik weiter nach unten. Was jetzt interessant ist, ist, dass wir den Ausverkauf stoppen konnten auf der Höhe des Tiefs vom Montag im Bereich der 12.475 Punkte ungefähr. Das heißt, wir sind erstmal nicht in der Lage, ein tieferes Tief auszubilden. Der Markt ist bärisch eingestellt, aber kurzfristig könnte es also die Chance auf eine stärkere Aufwärtskorrektur geben. Eine Aufwärtskorrektur von diesem Abwärtsimpuls. Machen wir den Bereich nochmal weg. Das heißt, diese Unfähigkeit oder der mögliche Fehlausbruch hier unten, der könnte dazu führen, dass wir hier eine Aufwärtskorrektur erleben in Richtung der nächsten wichtigen Fibonacci-Tracements. Das heißt, man könnte das hier abarbeiten auf der Oberseite, aber man sollte eben vorsichtig sein, weil der Markt im 4-Stunden-Chart bärisch eingestellt ist. Das heißt, der Verkaufsdruck kann zu jedem Zeitpunkt immer wieder zunehmen und dann zu einem technischen Ausverkauf führen. Die Kerze hier ist natürlich sehr, sehr positiv zu bewerten oder der Ansatz der Kerze, aber es bleiben jetzt über 2 Handelstunden noch vor uns, bis die Kerze um 12 Uhr dann schließt. Das heißt, ich wäre hier sehr, sehr vorsichtig mit voreiligen Schlüssen. Wir haben es ja auch bei den letzten Webinaten immer mal wieder gesehen, da habe ich auch darauf hingewiesen, die Kerze sieht gut aus. Am Ende war die Kerze aber nicht ansatzweise so positiv, wie es eben hier den Anschein hat und hat teilweise eben auch manchmal einfach die kompletten Gewinne wieder abgegeben und dann würde sich eben wieder etwas ändern. Das heißt, für den kurzfristigen Handel schauen wir nochmal rein. Hier hatte sich gestern einiges getan. Gestern hatte man den Widerstandsbereich überwinden können, also Teil dieser Kursstabilisierung, die ich genannt hatte. Es gab hier den Durchbruch. Man konnte den Abpraller nutzen, um auch den 100er EMA in 30 Minuten Chart zu durchbrechen. Das heißt, die Umkehr wurde bestätigt, aber letztendlich gab es nicht genügend Kraft beim Bullenlager. Und man hat eben hier einen neuen Rückgang eingeleitet. Und hier muss man jetzt vielleicht ein bisschen näher heranzoomen und hier wird es interessant. Man kann das ja eben auch nochmal kurz ein bisschen besprechen. Wir haben den 100er EMA nicht nutzen können für einen erneuten Abpraller oder eine Trendfortsetzung für eine stärkere Aufwärtskorrektur. Im 4-Stunden-Chart oder eine Trendfortsetzung im 30-Minuten-Chart. Wir haben hier den Test gesehen, wurden zurückgeworfen, zweiter Test, zurückgeworfen, dritter Test oder wir sind noch gar nicht ganz dran gekommen. Und dann hat der Ausverkauf begonnen. Wir haben eine ganz klare Abwärts-Trendstruktur und haben dabei eben auch dieses Tief vom Montag kurzzeitig unterschritten. Allerdings während der heutigen Asiensitzung, also im vorbörstlichen Handel. Also hier hat das begonnen und hier könnte sich aber jetzt eben wieder etwas zum Positiven ändern. Ich habe es hier schon eingezeichnet. Das ist die Marke, auf die man sich heute konzentrieren sollte. Hat heute Nacht als Boden fungiert. Hatten den Ausverkauf nach unten. Das Ganze scheint ein Fehlausbruch nach unten zu sein. Und wir sind jetzt eben in der Lage, das lokale Hoch anzugreifen. Lokale Hoch, beziehungsweise auch das heutige Tageshoch. Das heißt, solange wir diesen Bereich hier nicht wieder unterschreiten, könnten wir die nächsten Marken auf der Oberseite abarbeiten, bis sich eben wieder etwas an der Trennstruktur ändert. Das heißt, das wäre die nächste Anlaufstelle bei 12.634 Punkten, äh 43 Punkten. Und in der Nähe ist auch nochmal der 100er IMA zu finden. Das heißt, hier gibt es möglicherweise in den nächsten Stunden den neuen Erholungsversuch, den Versuch, den Trend kurzfristig zu drehen und im 4-Stunden-Chart eine Stärkekorrektur einzuleiten. Wir sehen ja, dass der Weg hier bis zum letzten Hoch letztendlich frei ist. Wir haben hier nochmal dieses Zwischentief, aber es gibt letztendlich, solange wir eben diesen Bereich hier nach unten nicht nochmal unterschreiten, viel Platz nach oben. So, nochmal ganz kurz in den Tageschart. Wie gesagt, hier muss man sehr vorsichtig sein. Hätte man diese Reaktion, die ich gerade beschrieben habe, beispielsweise hier in diesem Bereich oder beispielsweise auch hier, wo wir einen ganz klaren Long eingestellten Markt haben, dann wäre das eben deutlich interessanter oder vertrauenswürdiger. Das Problem ist, dass wir hier im Target-Chart den 100er IMA zurückerobern müssen. Und solange das eben nicht auf Schlusskursbasis passiert, besteht eben die Gefahr, dass wir einfach hier nochmal weiter nach unten rauschen. Und da würde ich mich auf das Fibonacci-Tracement von 23,6% konzentrieren, 12.160 Punkte und dann eben auch auf das nächste Fibonacci-Tracement. Das stimmt auch in etwa mit den früheren Kursbewegungen überein, die wir aus der Rallye kennen, die wir Mitte März eingeleitet haben. So, jetzt kommen wir mal zu den Wallstreet-Indizes S&P 500 und Nasdaq im direkten Vergleich. Wir fangen erstmal mit dem marktbereiten US 500 an. Wir sehen auch hier einen Kampf am 100er IMA. Was jetzt auffällt, ist, dass wir ausgehend von dem Hoch dabei sind, die Verluste auf über 10% auszuweiten. Das heißt, technisch gesehen befinden wir uns also im Kontraktions- oder in einem Korrekturbereich, der eben ab 10% beginnt. Das ist der niedrigste Stand seit Juli und auch hier kämpfen die Bullen um eine Verteidigung des Tiefs vom Montag. Langer unterer Schatten und das ist sozusagen die Hoffnung oder die letzte oder die wichtigste Hoffnung für die heutige Handelssitzung, um den Markt vor einem deutlich tieferen Rückgang zu bewahren. Das heißt, wir haben technisch gesehen eine sehr ähnliche Ausgangslage wie beim DAX, haben hier noch keine wirkliche Bestätigung bekommen auf der Oberseite, also keine Umkehrkerze oder ähnliches, oder auch keine Umkehrformation, haben aber bei den letzten drei Kerzen lange untere Schatten gesehen. Das ist etwas, was natürlich auf eine abnehmende Dynamik hindeutet, nachlassendes Momentum auf der Unterseite. Aber was natürlich fehlt, ist eine gewisse Bestätigung, auch kurzfristig. Das heißt, auch hier bleibt ein weiterer Rückgang, das Basisszenario und da müsste man sich eben auch auf die nächsten Fibonacci-Tracements konzentrieren. Und beim S&P 500 wäre das das Fibonacci-Tracement von 38,2% bei 3044 Punkten. Wir haben hier auch in dem Bereich einige Kursbewegungen gesehen, insbesondere im Juni. Das heißt, hier fehlt nicht viel und der Markt bricht nach unten ein. Aber wir schauen jetzt mal auf den 30-Minuten-Chart und schauen, was wir hier noch herauslesen können. Also der Markt versucht sich festzuhalten an dem Tief vom Montag. Es gibt ein Oszillieren, eine Seitwärtsphase. Hier haben wir letztendlich auch so einen kurzfristigen dreifachen Boden. Wir haben allerdings nochmal eine Abwärts-Teil-Linie. Das heißt, man könnte hier auch mit einem absteigenden Dreiecksmuster argumentieren. Das ist ein Trendfortzugsmuster und deutet auch weitere Rückgänge hin. Daran könnte sich aber etwas ändern, wenn wir eben hier ansteigen und vielleicht dann von diesem übergeordneten Doppelboden abprallen. Und dann könnte man sich eben wieder auf Longs konzentrieren. Und interessant ist, dass wir natürlich sehr viel Spielraum haben nach oben, aufgrund dessen, dass wir relativ schnelle Rückgänge gesehen hatten. Das heißt, hier gibt es einen Tief, das wäre bei 3270 Punkten zu finden und davor hätten wir noch den 100er EMA. Aber ein Durchbruch hier oben könnte für deutlich mehr Optimismus sorgen. Und ansonsten, wie gesagt, wenn wir Short eingestellt sind, dann würde ich mich bei Anstiegen auf die Tiefs konzentrieren. Und also auf die letzten Tiefs hier. Das ist das, worauf man achten sollte. So, wie sieht es beim Nestec aus, der direkte Vergleich? Wir haben gesehen, dass wir schon seit einiger Zeit im Korrektur-Modus sind. Und haben in der vergangenen Woche die Erholung nicht nutzen können während der Woche und haben letztendlich deutlich im Verlust geschlossen. Und in dieser Woche haben wir ein ähnliches Bild. Das heißt, wir versuchen hier wieder, uns aus dem Korrekturbereich herauszukämpfen, sind da aber gescheitert an der 11200-Punkte-Marke und sind sogar hier jetzt wieder in den Verlustbereich gerutscht. Das heißt, ganz klare Korrektur. Die Frage ist nur, wo könnten wir die Korrektur stoppen? Und hier können wir mal den letzten Aufwärtsimpuls messen. Das heißt, man versucht in dieser und auch in der letzten Woche die Rückgänge zu beschränken auf das Fibonacci-Tracement von 78,6%. Das heißt nicht, dass wir auch hier das Tief gesehen haben, sondern das wäre vielleicht auch ein erster Anhaltspunkt für die Bullen. Der Tageschart zeigt, dass wir noch lange nicht den überverkauften Bereich erreicht haben. Der LSI-Indikator noch nicht mal in der Nähe der 30er-Marke. Das heißt, aus dieser technischen Perspektive könnte man argumentieren, dass es noch mehr Spielraum nach unten gibt und auch der 100er EMA ist noch nicht getestet worden. Aber im 4-Stunden-Chart sehen wir auch hier, ähnlich wie beim S&P 500 und beim DAX, die Möglichkeit eines Doppelbodens. Auch hier fehlt noch die Bestätigung, aber im Vergleich zum S&P 500 vielleicht ein leichter Vorteil, weil wir hier versuchen, die Kerze wieder in den Gewinn zu bringen. Wir sind aber im Vergleich zum S&P 500 deutlich näher an diesem ursprünglichen dreifachen Boden hier und dementsprechend könnte das eben die Gewinne begrenzen. Auf der Oberseite, das würde in etwa mit dem Fibonacci-Tracement von 38,2% übereinstimmen. Das heißt, sollten wir einen Anstieg sehen in diese Richtung, 10.930 Punkte, dann könnte man eben erwarten, dass es hier eine wichtige Entscheidung gibt. Das heißt, entweder gibt es massiven Verkaufsdruck, um den Markt oder den Kurs nochmal nach unten zu bringen und dass man vielleicht auch nochmal die 10.500 Punkte sieht oder wir könnten eben hier an der Trendstruktur etwas ändern und uns weiter nach oben arbeiten. Hier gab es ganz viele Berührungspunkte, 11.160 Punkte und hier gab es ja eben diesen Fehlausbruch nach oben. Also möglicherweise sind wir gerade am Beginn einer neuen Erholungsphase oder das ist vielleicht nur eine leichte Seitwärtsphase oder Aufwärtsprojektur im übergotteten Abwärtstrend. Das ist die Frage, die wir heute beantworten müssen und die man sich jetzt eben stellen sollte. Kommen wir mal zum Euro-Dollar. Euro-Dollar sehr stark unter Druck. Wir haben auch darüber geredet, dass natürlich der Markt aufgrund dieser sehr starken Phase, die wir hatten, letztendlich wenig Unterstützung haben auf der Unterseite. Das heißt, der Markt könnte relativ schnell einen Rückgang erfahren in Richtung 1.15. Das ist das Hoch, welches wir am 9. März ausgebildet haben. Und im Tageschart haben wir eben hier in den letzten drei Tagen auch eine recht ordentliche Verlustserie. Verluste waren auch punktemäßig oder von den Prozenten her ziemlich stark. Das heißt, die Bären versuchen hier letztendlich die Kontrolle zurückzuerlangen. Was sollte man jetzt beachten? Also weiterhin schauen, wie ist die Trendrichtung? Ich nehme gerne den 50er EMA als Orientierung. Wir müssen die Widerstände und Unterstützung einzeichnen. Hier gab es eben die wichtige Entscheidung. Brechen wir aus dieser mehrwöchigen Seitwärtsrange zwischen 1.1750 und 1.1900 nach unten aus? Es gab einen Kampf hier, den Ausbruch nach unten, eine Aufwärtskorrektur, neue Impulswelle. Das heißt, wir haben hier im 4-Stunden-Chart eine ganz klare Trennstruktur. Das heißt, Anstiege sind lediglich als Korrekturbewegung zu sehen. Wir haben aber hier die Möglichkeit auf eine stärkere Korrektur, weil der Abwärtsdruck bei den letzten Kerzen deutlich nachgelassen hat. Und wir könnten hier auch so ein, ich weiß nicht, ob es ein Engulfing ist. Wir haben nicht tief eröffnet, aber das könnte trotzdem auf eine Umkehrung hindeuten. Es gibt aber auch sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Und da müssen wir mal schauen, wie die Chancen auf eine stärkere Aufwärtskorrektur eben stehen. Also, das ist noch das, was wir auch im letzten Mal angezeichnet hatten. Brauchen Sie nicht zu beachten. Vielleicht zoome ich einfach mal so ein bisschen ran. Und kurzfristig sieht man hier, dass die Abwärtsdruckstruktur noch intakt ist. Und sobald sich daran eben etwas ändert, könnte man also kurzfristig auf eine Trendwende spekulieren. Eine Trendwende wäre aber letztendlich nur eine Aufwärtskorrektur im übergeordneten Trend. Das heißt, das ist die letzte Impulswelle. Hier könnte es Spielraum geben in Richtung 1.16.90 oder auch in Richtung 1.17. Spätestens da könnte man vielleicht wieder mit mehr Verkaufsdruck rechnen. Und sollte das nicht passieren, dann könnte sich eben auch im 4-Stunden-Chart etwas ändern. Wir müssten also die 1.17.20 überwinden, damit sich in der Trendstruktur etwas ändert. Und wir bräuchten die Bestätigung durch den Durchbruch des 50er EMAs. Also es gibt viel aufzuholen. Wir müssen wieder in diese Konsentierungsphase reinrutschen, bevor wir mit gutem Gewissen mit Longs arbeiten können. Momentan arbeitet man letztendlich gegen die Trendrichtung, wenn man Longs eingeht. Aber kurzfristig könnte sich eben eine Chance bieten, wenn wir eben hier die lokalen Hochs von heute Nacht ausnehmen. Und versuchen eben hier uns weiter nach oben zu arbeiten. Basis-Szenario bleibt also, dass wir nochmal mehr Verkaufsdruck sehen in Richtung 1.15. Kurzfristig gibt es aber die Möglichkeit auf einen stärkeren Anstieg, sollten wir hier die Bestätigung kommen. Das bleibt noch aus. So, wir kommen jetzt mal zu einem Paar, welches wir uns auch schon seit Längerem nicht mehr angesehen haben. Und zwar Dollar, Schweizer Franken. Es gibt eine inverse SKS-Formation im Tageschart. Wir haben gesehen, dass der Dollar sehr stark ausverkauft wurde. Insbesondere während des Sommers. Und möglicherweise könnte man hier vielleicht auf eine technische Erholung hoffen. Schauen wir uns das nochmal genau an. Wir haben hier die Nackenlinie. Schön gerade. Und zwar der inversen SKS-Formation. Man könnte auch mit einer SKS-Formation argumentieren. Es gibt auch SKS-Formationen mit mehreren Schultern auf der linken oder rechten Seite. Das kann man jetzt auslegen, wie man will. Aber ich denke mal, man kann sich doch recht gut darauf einigen, dass wir hier eine SKS-Formation haben. Die Nackenlinie wurde durchbrochen. Was letztendlich bedeutet, dass das Chart-technische Muster bestätigt wurde. Und jetzt muss man natürlich schauen, welche potenziellen Kursziele gibt es. Das heißt, wir versuchen eben, die Strecke von dem Kopf bis zur Nackenlinie nach oben abzutragen, um ein mögliches Kursziel zu definieren. Das heißt, wir hätten hier ein Kursziel im Bereich der 0,9380 ungefähr. Das stimmt auch mit den letzten Tiefs überein, wo man versucht hatte, einen weiteren Rückgang zu stoppen. Das ist nicht geglückt. Aber das heißt, die Range des potenziellen Kursziels der SKS-Formation stimmt mit der Trendstruktur überein. Das heißt, das wäre durchaus ein realistisches Ziel. Das Problem ist, dass wir allerdings den 100er EMA hier noch haben. Wir gehen mal vielleicht runter auf 50 Perioden. Da hatten wir letztendlich schon die Bestätigung bekommen. Also kurzfristig oder im Tageschart ist der Markt wieder bullisch eingestellt. Und das wäre also eine mögliche Handelsidee, mit der man arbeiten könnte. Das ist natürlich der Tageschart. Das heißt, das wäre etwas für mehrere Tage, mehrere Wochen eventuell. Aber so etwas kann man auch in kleineren Zeiteinheiten abarbeiten. Das heißt, runtergehen in den Stundenchart oder 5-Minuten-Chart und schauen, dass man versucht, in Trendrichtung zu handeln. Das ganze Setup würde negiert werden oder umgekehrt werden, wenn wir die Nackenlinie wieder unterschreiten, den 50er EMA wieder durchbrechen und dann eben hier wieder nach unten driften. Technisch gesehen, in der Momentaufnahme spricht das Ganze aber für eine gute Chance in Richtung dieses potenziellen Kursziels. So, jetzt kommen wir noch zum Silberpreis. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, soweit ich mich daran erinnern kann. Und Silberpreise sind extrem eingebrochen. In der vergangenen Woche war der Silbermarkt auch der größte Verlierer. Und zwar im Vergleich bei den Rohstoffen. Und wir schauen noch mal auf die Situation vom letzten Mal. Also das war die Analyse vom letzten Mal. Wir hatten im 4-Stunden-Chart uns einen Bereich definiert als mögliche Orientierung. Hier gab es diesen Einbruch nach unten. Es gab einige Verteidigungspunkte und einen Erholungsversuch hier. Das war unsere Grundlage für die Annahme, dass der Markt möglicherweise den Tiefpunkt gesehen hat. Was wir aber im 15-Minuten-Chart eben nicht gesehen haben, ist einen Durchbruch des 100er EMAs. Das heißt, wir haben hier so eine schöne Aufwärtstendenz gehabt. Eine Reihe an höheren Hohes und höheren Tiefs. Aber aus dieser kurzfristigen Aufwärtstrendstruktur, die ja sehr, sehr schön aussah, haben wir letztendlich, konnten wir oder waren die Bullen nicht in der Lage, eine Trendumkehr einzuleiten. Wir haben es schon gesehen, wir sind noch nicht mal an den 100er EMA rangekommen. Und dementsprechend gab es hier keine wirklich starken Gründe, hier long aktiv zu werden. Wer früh unterwegs war, der hätte natürlich vielleicht sich hier irgendwo einkaufen können, nachdem der Markt eben den Durchbruch erlebt hat, dieser wichtigen Marke hier. Aber letztendlich hat sich der Aufwärtstrend relativ schnell abgeflacht. Wir haben diesen Bereich unterschritten und danach war der Markt ganz klar schaut eingestellt. Und daran hat sich bisher auch noch nichts geändert. So, wir wollen nochmal den Kontext herstellen für den 4-Stunden-Chart. Wir haben letztendlich, oder wir gehen auch gerne mal in den Tageschart, wir haben das Fibonacci-Trestment von 38,2% unterschritten. Wir haben auch den 100er EMA unterschritten. Und die große Frage, die man sich natürlich an dem Markt jetzt stellen muss, haben wir hier nur eine Korrektur oder könnten wir möglicherweise in den Bärenmarkt reinkommen? Fundamental gesehen gibt es gute Argumente dafür, dass der Edelmetallmarkt bald wieder kräftige Anstiege erfahren dürfte, aufgrund der extrem dovischen Fett. Das war ja letztendlich auch der Grund, warum man diese letzte Rallye überhaupt erlebt hat. Und der Hauptgrund für diese extreme Schwächephase hier ist letztendlich der starke Dollar. Der starke Dollar, der den Preis des Edelmetalls verteuert. Das heißt, man muss eben genau beobachten, wie sich der Dollar entwickelt. Ob die Dollarstärke nur temporär ist oder ob der Dollar vielleicht eben die jüngste Stärke halten kann oder vielleicht auch noch aufwerten kann. Aufgrund der lockeren Geldpolitik und natürlich die Erwartungen an eine hohe Inflation. Das ist natürlich eine Kombination, die nicht für eine Dollarstärke führt oder was nicht eben mit einem starken Dollar verbunden ist. Ganz im Gegenteil, das dürfte eigentlich den Dollar schwächen. Und dementsprechend könnte der Silberpreis vielleicht eben nochmal irgendwann eine Chance bekommen für eine Trendwiederaufnahme. So, Abverkauf extrem stark. Der Abstand, das fällt auf zum 100er EMA extrem groß. Und bisher bleibt aber eine Stärkekorrektur aus. Also auch hier schließe ich es nicht aus, dass wir das nächste Fibonacci Tracement hier bei 50% auch nochmal sehen könnten. Im Bereich der etwas unterhalb der 21 Dollar. Aber schauen wir nochmal in den 15 Minuten Chart. Oder wir wollen natürlich nochmal gucken, ob es hier vielleicht eine Divergenz gibt im 4 Stunden Chart. Das wäre natürlich nochmal ein guter Anhaltspunkt für eine starke Aufwärtskorrektur. Keine Divergenz, aber stark überverkauft. Wäre vielleicht ein guter Anhaltspunkt gewesen. Aber gehen wir mal runter in den 15 Minuten Chart und schauen, was man jetzt in den nächsten Stunden machen könnte. Auch hier, Rückgang wurde gestoppt an dem Tief, welches wir heute Nacht ausgebildet haben. Das heißt möglicher Doppelboden. Das Ganze muss natürlich bestätigt werden mit einem Durchbruch der Nackenlinie. Und wir versuchen gerade etwas an der Trendstruktur zu ändern. Das heißt, die lokalen Hochs werden getestet. Wir haben hier eine v-förmige Erholung von dem letzten Rückgang. Wir haben hier kein tieferes Tief ausbilden können, bzw. war das eben nicht nachhaltig. Und was die Bullen brauchen, ist ein Durchbruch des 100er IMAs. Und nochmal ein Durchbruch des nächsten Hochs, und zwar im Bereich der 22,70 Dollar ungefähr. Also, wenn wir diesen Bereich überwinden oder mal testen können, wäre das positiv. Und hier würden sich die Bedingungen eben zugunsten der Bullen ändern. Das heißt, im Bereich der 22,70 hätte man eben wieder Bedingungen für Longs, gute Bedingungen für Longs. Das heißt, wir zeichnen uns das hier vielleicht auch nochmal ganz kurz ein. Nächstes Kursziel wäre dann vielleicht eine Projektur in Richtung Fibonacci-Trasement von 38,2. Und das stimmt interessanterweise auch mit der letzten wichtigen Struktur überein. Das ist das Tief vom Montag, und wir hatten hier gestern Nacht und im Laufe der Sitzung auch einige wichtige Kursreaktionen. Das heißt, eine Aufwärtskorrektur in diesem Bereich wäre durchaus realistisch. Kurzfristig brauchen wir aber die Bestätigung für 15-Minuten-Chart im Bereich der 22,60 Dollar. Man kann natürlich auch versuchen, so etwas zu antizipieren. Damit wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig, weil die Gefahr eben relativ groß ist, dass der Markt immer wieder zurückgeworfen wird. Aufgrund dessen, dass wir hier natürlich mit Rückgängen zu kämpfen haben, der Bodenbildungsprozess ist ja, wie gesagt, oder wie schon oft erwähnt, deutlich langwieriger als eine Top-Bildung. Also, gutes Beispiel hierfür natürlich. Hier sehen wir Umkehrsignal, starker Ausverkauf und eine Bodenbildung, beispielsweise hier unten. Da sehen wir, das nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch. Das heißt, ja, hier sich nicht täuschen lassen. Es ist durchaus möglich, dass wir hier nochmal einen deutlich tiefen Rückgang sehen. Und im 4-Stunden-Chart müssen wir auch nochmal die 30er-Marke hier unten überwinden, um überhaupt aus diesem Überverkaufsbereich rauszukommen. So, wichtige Veröffentlichung für heute. Schauen wir ganz kurz in den Kalender. Um 10 Uhr gibt es, und das war schon vor zwei Minuten, können wir auch gleich live drauf gucken, IFO-Geschäftsklimaindex, gestiegen gegenüber dem Vormonat, allerdings schwächer als prognostiziert. Kann man sich gleich mal anschauen, die Reaktion. Ansonsten, was wichtig ist, ist, das wurde auch um 10 Uhr veröffentlicht, EZP Economic Bullen Time. Das ist letztendlich das Dokument, was Informationen liefert, oder wirtschaftliche und monetäre Informationen liefert, die die Grundlage für die gelbpolitische Entscheidung der EZP-Rates bilden. Das wurde veröffentlicht. Wichtige Sache, das sollte man es vielleicht auch anschauen. Und ansonsten am Nachmittag haben wir um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Während der Pandemiesituation war das ja eine Veröffentlichung, die immer wieder stark im Fokus stand. Und um 16 Uhr haben wir dann nochmal ein Update zum US-Immobilienmarkt und nochmal die Anhörung von Fettchef Jerome Powell. Das ist die dritte Anhörung jetzt in Folge. Es wird nicht erwartet, dass das für eine starke Volatilität sorgt, weil er vermutlich die Botschaft von vorher wiederholen wird. Aber dennoch ist das eben ein wichtiges Highlight und das wird sicherlich eben auch ganz klar im Fokus stehen am Nachmittag während der US-Handelssitzung. So, und dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Trades und sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.